So, was ich jetzt sagen wollte, ich weiß nicht, ob wir mit Gericht haben, ja, also ich habe jetzt den alten Verstärker mal weggegeben, so nachgucken lassen und da ist eigentlich alles durchgekommen, also ich lasse jetzt also den dran, der ist vom Klang besser wie der alte, vom Bass her ist er ein bisschen schwächer natürlich, mit einer extra Hand der Leistung her, der ist ein bisschen schwächer und das ist das nächste sofort, das nächste bei den Boxen, vor allem sofort. Ich habe jetzt gesagt, komm, bevor ich jetzt noch einen Verstärker wiederhole, muss ich gleich eine andere Sache, dann kommen wir gleich mal wieder was anderes holen, oder kann ich auch in der Nacht die Schaltblätter reintun, hier, dann ist das so frei, ja, das Handy lädt gerade, das Handy. Was ich jetzt sagen wollte, das habe ich mir so gemacht, ich hole mal einfach hier Sachen von, also, jetzt sehen wir hier, ich habe mir dieses, äh, nein, dieses Subwoofer-Modul hier, ja, 500 Watt und 250, stimmt natürlich, wenn ihr mal drauf guckt. Da steht es, Power Red Community, Konsumens, 190 Watt, so, und dann kann ich mit dem Modul hier, 190 Watt, kann ich dann die zwei Rufer, das ist dann da unten noch drin liegen, irgendwie, und dann gehe ich hier Subwoofer-Out raus, gehe da rein, und dann tue ich die zwei Rufer zusammen, es gibt dann 4 Ohm, und dann kann der, hier steht zwar bei 4 Ohm, 4 Ohm, 250 Watt, wir haben das bei 4 Ohm, aber, weil es nur 190 Watt hat, wird dann nur 190 Watt rauskommen, sagen wir mal, ja, 190 auch, wenn wir jetzt so viel, die ganze Indische Rufe passen, aber dann kann ich, dann würde ich schon mal, fast, jeder Rufergericht fast 100 Watt, und wenn ich mit einem Kanal ansteuere mit dem, und der gibt 80 Watt einen Kanal raus, und der ist ja fast auf voll, also wenn es mit 100 Watt hinkommt, dass sie ungefähr auf volle Auslängung gehen, so, dann hätten wir das nämlich gemacht, hier, 80 Euro Rubin eigentlich noch, so, kommen wir zum nächsten, ich brauche hier noch, weil der, der Verstecker hat nur, Pre-Out, so, wo weißt, ein, Chinch, also dieser Stecker hier, hat er nur, und das Modul hat aber zwei, Ne, ohne, 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 oh, ich habe mich gerade erschreckt, Alter, ich habe gedacht, hey, wie sollen denn die Kabel in das Modul rein, Alter, das sind ja die Anschlüsse, und das hier sind ja auch die Anschlüsse, dann habe ich mich gerade erschreckt, scheiße, ich habe das falsche Kabel gekauft, nein, ich habe ja noch meine Kabel hier, und dann gehe ich dann da dran, und gehe dann ins Modul rein, dann passt das, ja, ja, ich habe, oh, ich war gerade durcheinander, das kostet halt 5 Euro, 5, mein Gott, die 5 sind, also 5 Euro, kannst du sagen, ja, das ist halt nochmal, ist halt das Inline, ich wollte eigentlich schon ein Inline-Kabel, ja, weil es 8 Euro kostet, natürlich, ja, doch ein bisschen was sparen, habe ich das hier jetzt genommen, ja, nicht schlimm, Hauptsache ein Kabel, ja, so, dann ist es also das, so, jetzt, gut, und wollte ich ja die gelben hier, oh, das Bild wird immer so komisch, wollte ich die gelben, also rein Bass laufen lassen, ich habe wirklich verrückt, ich hatte jetzt zweimal separate Bass, und einmal Bassmittel, weil oben der Bassmittel waren, die zwei waren rein Bass, und hier war der Hochdrainer drin, sitzt halt da, so, das ist das Problem, auf rein Bass schwingt der weniger wie auf Bassmittel, das ist auch bei den, wo die Originaler drin waren, wo die Säge kaputt war, ich hätte ja trotzdem laufen lassen, da hat der Bassmittel, der hat dann die Hälfte ausgemacht, und die, die haben so fein gezählt, da hast du gedacht, was ist denn das, das kann zwar an Bass raus wie geil, ja, aber wenn, dann will ich das dann alle so gut wie gleich schwingen, also habe ich gedacht, gut, komm, vor ich mir noch eine Frequenzweiche, noch mal eine separate Nummer, die nur für den Bass ist, also eigentlich Sattuferweiche, passiv, die einfach nur die Höhen wegfiltert, ohne Verstärkung, ja, und da habe ich mir jetzt die hier geholt, oder die werde ich mal ankomme, das ist jetzt 600 Watt, im Laptop natürlich auch wieder nicht, aber das ist eine 4 Ohmweiche, ich hole natürlich zwei, einmal für links, einmal für rechts, da werde ich mal gucken, wie ich das da mache, dann muss halt hier löten, wie ihr seht, das, naja, muss halt löten, ist nicht schlimm, löte ist halt, ist mir das scheißegal, vielleicht reicht es auch schon mit reinstecken und einfach rumbiegen, und dann, vielleicht reicht es auch schon, aber muss man mal gucken, wie ich es da mache, also da wird hier noch interessant werden, ja, das ist eine, da an der Weiche, das ist eine 8 Ohmfrequenzweiche, und da hängen vielleicht jetzt zwei Ohm noch dran, wenn du alles zusammen machst, Parallelschallung, vielleicht schon noch weniger, ich weiß nicht, die Frequenzweiche als außen, weil es ja eine 4 Ohmweiche ist, und das gibt dann hier so bei diesen drei, ich kann sagen, irgendwas mit zwei Ohm vielleicht auch hinkommen, ich weiß es ja nicht genau, wie das funktioniert hier, aber eigentlich dürfte die mich frecken hier, und dann ist das nämlich eine Reine, die trennt das auf 120 Hertz, also bis 120 Hertz kommen durch, ab 121 Hertz soll nichts durchkommen, das ist natürlich auch ein bisschen, ich sage es eben schon, bis 150 Hertz wird vielleicht was durchkommen, über 150 Hertz wird es dann weg sein, aber halt, dass es ein bisschen nur mehr Bass macht, das ist natürlich schön, die alle bleiben dann mit der Frequenzweiche aufgrund der Hochtöner auch, der kriegt dann halt, oder die zwei kriegen halt dann das aktive Modul, was dann auch frequenzreglerbar ist, von 50 Hertz bis 150 Hertz, also dass es nur bis 50 Hertz spielt, oder nur bis 150, da muss man gucken, ob ich es auf 100 vielleicht stelle, oder bei 150 will dann wieder, weil wenn die nur bis 120 gehen, und das dann 150 wird dann zu viel, dann renne ich vielleicht das auf 100 runter, muss ich mal gucken, wie ich das mache, also hier habe ich mal zwei bestellt, also hier, eins, eins, zwei, das war es erstmal wieder, also das kostet insgesamt 115 Euro, so grob gerechnet, ja, das war es auf dem PC, brauche ich erstmal nichts, wenn das alles da ist, ist die Anlage erstmal wieder fertig, ist halt in der Box direkt, oder mit einem Verstärker direkt, ähm, ja, dann wäre es, war es das mal, ich habe ja schon ganz direkt gesagt, ich brauche nichts für die Anlage, ja, bis der alte Verstärker direkt ist, der alte Verstärker hatte genug Leistung gehabt, ja, also auch nicht genug, das hätte auch ein bisschen mehr sein können, aber es hat er besser gerecht wie der, deswegen gibt es halt noch was jetzt, naja, egal, so, dann danke fürs Zuschauen, und tschüss.